Hallo, die Fohlen-Fans! Herzlich willkommen auf unserem Nachrichtenkanal, der unserem geliebten Verein gewidmet ist. Heute haben wir wichtige Informationen über die Zukunft eines Schlüsselspielers, Nico Elwedi. Nico Elwedi, 26 Jahre alt, hat einen Vertrag mit Borussia Mönchengladbach bis zum Ende der nächsten Saison, aber Gerüchte deuten darauf hin, dass er diesen Sommer verkauft werden könnte. Die S-Roma wurde als möglicher neuer Arbeitgeber für den talentierten Schweizer Verteidiger genannt. In letzter Zeit hatte unser Verein Probleme, wertvolle Spieler gehen zu lassen, ohne Transfererlöse zu erzielen, wie Markus Thuram und Remy Benzebaini. Der Sportdirektor von Borussia kündigte jedoch an, dass sie daran arbeiten, solche defizitären Vereinbarungen in Zukunft zu vermeiden. Verhandlungen laufen mit Spielern, deren Verträge 2024 auslaufen, darunter Nico Elwedi. Mit einem geschätzten Marktwert von 20 Millionen Euro gilt Elwedi als einer der wertvollsten Spieler von Borussia Mönchengladbach. Obwohl er eine Saison mit Höhen und Tiefen hatte, mit einigen inkonsistenten Leistungen und unerklärlichen Fehlern, ist Elwedi immer noch ein wichtiger Spieler für das Team. Dennoch gibt es Stimmen, die vorschlagen, dass ein Vereinswechsel für den Schweizer von Vorteil sein könnte. Gerüchten zufolge hat die S-Roma mit dem renommierten Trainer José Mourinho Interesse an seinen Diensten. Obwohl einige Zweifel daran haben, wie Elwedi sich in das Team der Römer einfügen würde, wissen wir, dass der Fußball immer Überraschungen bereithält. In den kommenden Monaten wird die Zukunft von Nico Elwedi entschieden. Obwohl Borussia Mönchengladbach die Möglichkeit hat, den Vertrag um ein weiteres Jahr zu verlängern, würde ein vernünftiger Wechsel in diesem Sommer, sei es zu Roma oder zu einem anderen Verein, sowohl für den Verein als auch für Elwedi Sinn machen. Denkt daran, unseren Kanal zu unterstützen. Gebt uns euer Like, abonniert, um weitere Updates zu erhalten, und teilt dieses Video mit anderen leidenschaftlichen Fans von Borussia Mönchengladbach. Lasst uns gemeinsam lubeln und alle Neuigkeiten unseres Herzensvereins verfolgen. Bis zum nächsten Mal!